Hi, ich bin der Nick von Wheel of Pole Dance. Heute zeige ich euch die Technik des Brass Monkey. Besonders gut kann man aus dem Shouldermount in den Brass Monkey gehen, was ich auch besonders gerne mache, da es für mich am leichtesten ist. Dafür bringen wir wieder, wie beim Shouldermount, den Nacken in die Stange. Beide Hände im Cupgrip hinter die Stange in den Shouldermount. Wenn ich dann im Shouldermount bin, bringe ich beide Beine auf die Seite, wo mein Kopf ist und dann hake ich mit dem inneren Bein ein. Beide Beine rüber, inneres Einhaken. Das andere Bein lege ich entweder mit dem Spann hinter die Stange oder ich lege es auf den anderen Fuß drauf und drücke die Kniekehle zu. Ich greife die Stange, linke Hand ist tief, rechte Hand gebeugt und löse die Beine. Wenn euch das gefallen hat, schaut unsere anderen Videos an auf unserem YouTube-Channel oder kommt live in unseren Studios in Köln vorbei.